Ich heiße Lucio Artubia. Ich bin Maurer und Anarchist. Und... Und? Ich überfalle Banken. Und der Mund an, schau! Schnell, schnell, schnell! Was machen wir jetzt mit dem Geld? Ich teile es immer in drei Teile auf. Den ersten Teil für die heimischen anarchistischen Organisationen. Den zweiten für inhaftierte Genossen und ihre Familien. Und den dritten für die, die die Aktion durchgeführt haben. Wenn wir schon eine Bank bescheißen, dann nehmen wir uns die größte der Welt vor. Na klar, logisch. Die nennt man Reiseschecks. Man legt nur diesen fetzen Papier hin und schon kriegt man dafür Geld. Die sind wirklich perfekt. Diese gefälschten Schecks kommen immer weiter. Das wird ein Desaster. Wir verlieren Millionen. Sie regeln die Sache. Ich denke, dass du schuldig bist. Und früher oder später verhafte ich die Schuldigen immer. Er ist weg. Wenn wir mit den Banküberfällen weitermachen, enden wir im Gefängnis. Oder mit einer Kugel im Rücken. Ich hab's satt, dass ich ständig Angst haben muss. Du solltest an Juliette denken. Ja, ich denke auch an sie. Wenn wir eine bessere Welt für sie wollen, müssen wir unseren Kampf fortführen. Ich denke, dass du schuldig ist, dass du schuldig ist.